Also meine Entscheidung, einen Bumas Beißkorb zu kaufen, war relativ einfach. Der Beißkorb ist wirklich angenehm zu tragen für den Hund. Das Material ist weich, dennoch fest, hält seinen Stöber und Jagdversuchen sehr gut stand, ist leicht zu reinigen, verliert nicht die Farbe und ist für den Hund eigentlich sehr bequem zu tragen. Der Beißkorb hält sehr lange im Vergleich zu den anderen Billig-Beißkörben, muss man sagen, die man sehr schnell verliert bzw. kaputt war oder das Plastik zu hart ist. Ist eigentlich nur dieser Beißkorb wirklich hervorzuheben und ich kann ihn nur jedem empfehlen, diesen Beißkorb zu kaufen. Das ist ein Witzkorb.